Also Shadguru, was ist ein kreativer Geist? Oh. Wie ausführlich möchten Sie, dass ich antworte? So ausführlich Sie möchten. Sehen Sie, das englische Wort mind sagt nichts aus, weil es nur ein allgemeines Wort ist, das nicht verschiedene Dimensionen dessen beschreibt, was der Geist ist. Der Geist ist nicht nur ein Etwas, das hier sitzt und etwas tut, okay? So etwas wie einen Geist gibt es eigentlich nicht. In der Yoga-Kultur gibt es keinen Geist. Es gibt einen physischen Körper, es gibt einen Mentalkörper, weil das, was ihr im Moment als Geist bezeichnet, eine bestimmte Kombination aus Erinnerung und Intelligenz ist. Es gibt Erinnerungen in eurem Körper, mehr Erinnerungen in eurem Körper, als ihr euch vorstellen könnt. Ich beziehe mich erneut auf Sie, ich hoffe, das ist in Ordnung. Sie wissen definitiv nicht mehr, wie Ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter aussah, aber Ihre Nase sitzt gerade auf Ihrem Gesicht. Ja, Sie erinnern sich an nichts bewusst, aber Ihr Körper erinnert sich zu 100%. Wie vor zehn Generationen Ihre Großmutter war, daran erinnert sich Ihr Körper immer noch. Vor einer Million Jahren, wie Ihre Vorfahren waren, erinnert sich Ihr Körper noch immer, nicht wahr? Es ist nicht vergessen, wird auch nicht vergessen. Euer Verstand ist zu dieser Art von Erinnerung nicht fähig. Euer Körper hat eine Billion mal mehr Erinnerungsvermögen als euer sogenanntes Gehirn. Diese ganze Verlagerung auf das Gehirn und den intellektuellen Prozess ist eine europäische Krankheit. Sie gab dem Denken zu viel Bedeutung. Dies ist geschehen, weil Sie in einer unterdrückten Gesellschaft lebten, einer religiös unterdrückten Gesellschaft, in der man nichts anderes denken soll, als das, was in einem Buch geschrieben steht. Sonst ist man tot. So lebten Sie über eine lange Zeit. Darum, als Sie ein wenig Freiheit zu denken bekamen und Ihr Leben führen konnten, begannen Sie deshalb, Ihre Gedanken zu sehr zu feiern. Lasst uns den Kontext des Denkens verstehen. Du kannst nur mit den Daten denken, die Du bereits gesammelt hast. Das bedeutet, dass Du nie etwas Neues denken kannst. Du kannst es recyceln, wieder aufbereiten, Permutationen und Kombinationen davon herstellen, aber Du kannst nicht etwas völlig Neues denken. Es liegt nicht in der Natur des Denkens, sich etwas Neues einfallen zu lassen. Es kann nur die Vergangenheit recyceln. Das heißt, wenn Du Dich Deinen Denkprozess widmest, wenn Du Deinen Denkprozess festschreibst, stellst Du sicher, dass in Deinem Leben nie etwas Neues passiert. Das Denken muss also nicht so gefeiert werden. Deshalb wurde dem Denken in dieser Kultur nie so viel Bedeutung beigemessen. Was Du denkst, ist Dein psychologisches Drama. Wir denken nicht viel darüber nach, weil es Dein Drama ist. Dein Drama ist wichtig für Dich, das Drama eines anderen ist wichtig für ihn. Jeder denkt, sein Drama sei das wichtigste Drama im Universum. Das ist die Erfahrung eines Jeden, weil er sich so sehr mit seinem eigenen psychologischen Drama identifiziert. Dieses psychologische Drama sollte nicht die Natur Deines Lebens bestimmen. Denn dies ist nur ein kleines Ereignis im Vergleich zum Prozess des Lebens. Das Leben ist eine viel tiefere Intelligenz als der Intellekt. Wir können das Yoga-System betrachten, das den Geist in 16 Abschnitte unterteilt. Diese 16 Abschnitte werden weiter auseinandergenommen und man kommt bis auf 84.000 Bestandteile. Aber wenn ich jetzt über 84.000 spreche, dann gibt es bereits ein Segment, das dagegen spricht, also werde ich viel daraus machen. Ich nehme 80 weg, okay? Ich bin fair zu Euch, nur vier. Vier grundlegende Bestandteile. Einer ist der Intellekt, den wir haben. In der modernen Welt, in der heutigen Welt, geben wir dem Intellekt unnötigerweise zu viel Bedeutung und wir werden dafür einen enormen Preis bezahlen. Du wirst an einem Punkt kommen, an dem Du alles weißt, aber Du wirst nichts von der Bedeutung des Lebens wissen, wirklich. Heute wirst Du sehen, wie das mit den Kindern geschieht. Zum ersten Mal siehst Du in dieser Generation 10, 11 oder 12 Jahre alte Kinder, die gelangweilt aussehen. Als Du 10, 11 Jahre alt warst, wusstest Du nicht, was Langeweile ist. Es war nicht möglich. Es war zu aufregend, lebendig zu sein und sich umzusehen. Du wirst 10, 12 Jahre alte Kinder sehen, die alle gelangweilt aussehen, weil sie ihren Kosmos über ihren Handybildschirm gesehen haben. Sie wissen alles. Und vor allem in den westlichen Ländern wirst Du das bei 8- bis 10-Jährigen sehen. Ihnen ist richtig langweilig. Du wirst sehen, in den Schulwurzern sitzen alle so gelangweilt, weil Du mit zwölf Jahren schon eine Liebesbeziehung hattest. Du weißt, was eine Trennung ist. Du weißt, wie man all das Erholen davon, Du hast Alkohol probiert, Du hast das gesehen. Wahrscheinlich hast Du Dich in alle möglichen körperlichen Dinge eingelassen. Und Du kennst den Kosmos. Was noch? Im Alter von 15 Jahren gibt es für viele von ihnen keinen wirklichen Grund mehr zu existieren. Ihr solltet nicht überrascht sein, wenn diese Kultur andauert, ich sage das nicht als Vorhersage, sondern als etwas, das ich beginnen sehe. In den nächsten 50 oder 100 Jahren, wenn 25 bis 50 Prozent der Menschen Selbstmord begehen, solltet Ihr nicht überrascht sein. Denn das Leben braucht etwas Ausgelassenheit. Wenn Dir zu viele Informationen ohne Erfahrung angetragen werden, wird dieser Überschwang verschwinden und ein falsches Gefühl von Wissen wird so stark in Dir. Das ist die Gefahr des Intellekts. Denn der Intellekt will, der Intellekt will alles zerlegen. Der Intellekt ist wie ein Skalpell. Je schärfer er ist, desto besser ist er. Er will zerlegen und wissen. Ein Zerlegen funktioniert bei einigen Dingen nicht bei allen Aspekten des Lebens. Wenn Du wissen willst, der arme Frosch, weißt Du, Du erinnerst Dich, der arme Frosch, den Du gekreuzigt und aufgeschnitten hast, und das große Wissen, das Du durch all diese Folterungen erworben hast, ist unglaublich. Wie viel Wissen hast Du gesammelt? Für die Qualen, die diese Frosch durchmachte, wie viel Wissen Du erworben hast, ist ziemlich unglaublich. All das, was Du wissen musst. Jetzt hast Du Interesse. Plötzlich hast Du Interesse, die Mutter, die Du ignoriert hattest, Du willst heute Deine Mutter kennenlernen. Bitte besorge Dir ein scharfes Messer. Beginne mit der Sezierung. Du weißt vielleicht alles über ihre Leber, ihre Niere, ihr Herz, aber Du wirst keine Mutter mehr haben. Das ist alles. Also das Leben kann man nicht erkennen, indem man es auseinander nimmt. Du kannst physische Dinge verstehen, indem Du sie auseinander nimmst. Du kannst das Leben nicht verstehen, indem Du es in Stücke brichst. Aber das ist die Natur des Intellekts. Die ganze moderne Wissenschaft hat sich aus dem Intellekt entwickelt. Weil sie technologische Verbesserungen hervorgebracht hat, kannst Du nicht dagegen argumentieren. Weil die Leute, weißt Du, sie denken, sie sind Wissenschaftler. Sie wissen nichts über Wissenschaft. Sie genießen nur ihr iPhone. Sie denken, sie sind Wissenschaftler, weil sie das tun können. Nein. Die Technologie ist in Ordnung. Sie hat viel Komfort und Bequemlichkeit gebracht, aber sie wird uns kein Leben bringen. So ist der Intellekt. Der Intellekt wird nur nützlich sein, je nachdem, womit er identifiziert wird und was festgehalten wird, was dies hält, wie dauerhaft. Also die nächste Dimension des Geistes, die erste wird Buddhi genannt, das ist der Intellekt. Die zweite nennt man Ahankara. Ahankara bedeutet nicht Ego, dies und das. Es bedeutet Identität. Womit auch immer Du identifiziert bist, Dein Intellekt funktioniert nur um das herum. Einfach, wenn Du Dich nur mit einer Nation identifizierst, wenn Du sagst, ich bin ein Inder, dann sieht alles Indische schön aus. Wenn Du die Grenze überquerst und sagst, Du bist etwas anderes, dann ist all das wunderschön. Womit auch immer Du Dich identifizierst, der Intellekt funktioniert nur darüber. Ahankara ist also die Identität. Wie bewusst und wie beständig Dein Ahankara entstanden ist, wird die Effektivität Deines Intellekts bestimmen. Nur weil er scharf ist, bedeutet das nicht, dass er auch effektiv ist, denn ein scharfer Intellekt oder ein scharfes Messer können Dir jeglichen Schaden zufügen. Wenn Du ein scharfes Messer hast und keine ruhige Hand, wirst Du Dich überall schneiden. Das ist alles, was passiert. Menschliches Leid ist nur das. Du weißt nicht, wie Du diesen Intellekt richtig in der Hand halten kannst. Jeden Tag schneidest Du Dich. Alles Leiden geschieht in Eigenregie, weil Dein eigener Verstand es Dir immer wieder zufügt. Egal was passiert, die Menschen leiden, egal wie sie leiden, weil sie nicht wissen, wie sie diesen Intellekt halten sollen. Hättest Du den Verstand eines Regenwurms, wärst Du ziemlich friedlich. Du versuchst es auf so viele Arten, die Schärfe des Intellekts durch Trinken, durch Drogen, durch übermäßiges Essen, durch das Tun aller möglichen Dinge zu verringern, ihm irgendwie die Schärfe zu nehmen, weil das verdammte Ding wehtut. Es tut nicht weh, weil das seine Natur ist, sondern weil Du nicht weißt, wie man ihn hält. Die nächste Dimension des Geistes wird als Manas bezeichnet. Das ist eine riesige Menge an Erinnerung. Es ist nicht hier oder dort, der ganze Körper trägt Erinnerung. Deshalb ist das, was man Manumaya Koscha nennt, ein riesiger Sack voll Erinnerungen. Diese Erinnerung steckt in verschiedenen Schichten, wir werden nicht auf all diese Details eingehen, da einige Leute ein klares Nein gesagt haben. Sie wollen keinen Geist haben. Entschuldigung, Sie wollen nichts über den Geist wissen. Die vierte Dimension des Geistes nennt man Chitta. Chitta bedeutet, es ist reine Intelligenz. Sie ist unbefleckt von der Erinnerung. Sie hat keine Spur von irgendeiner Art von Erinnerung. Sie ist einfach nur reine Intelligenz. Wenn Du das berührst, dann hast Du Zugang zu dem, was man die Quelle der Schöpfung bezeichnet. Denn alles Mögliche könnte Dir eingegeben worden sein. Gott ist dies, Gott ist Liebe, Gott ist Mitgefühl, Gott ist gütig, was auch immer. Jemand kommt, stellt sich an den Rand dieser Bühne, sagt alle Gebete, die man sagen will, und fällt. Lass mich sehen, ob Dir Mitgefühl oder ein gebrochener Knochen widerfährt. Das möchte ich überprüfen, ist das okay? All diese Dinge sind erfunden worden, denn was auch immer jemandem vorenthalten wird, wird er diese Eigenschaft seiner Vorstellung von Gott zuschreiben. Diese Vorstellungen von Gott sind nur deshalb entstanden, weil Du nicht weißt, wie diese ganze Schöpfung geschehen ist. Weil Du keine Antwort hast, hast Du eine erfunden. Weil Du ein Mensch bist, hast Du gesagt, da oben sitzt ein großes menschliches Wesen. Oh, wie kann er all das tun? Wenn das jemand fragt, hat er zehn Hände. Also macht er viele Dinge, nicht so wie Du, was auch immer. Für Kinder ist das in Ordnung. Aber eigentlich, weil Du nicht weißt, wie die Schöpfung stattgefunden hat, lässt Du Dir Erklärungen einfallen. Also dasjenige, was die Quelle der Schöpfung ist, glaube nicht, was ich sage, was irgendjemand sagt. Schenke einem Teil der Schöpfung Aufmerksamkeit. Nimm einfach eine Blume, achte darauf. Achte auf ein Blatt oder ein Atom oder eine Ameise. Alles, was Du ersehen wirst, ist eine phänomenale Intelligenz, die alles übersteigt, was Du Dir vorstellen kannst. Ja? Aber niemand hat Dir gesagt, Gott ist Intelligenz. Aber diese Kultur hat Dir das in vielerlei Hinsicht gesagt. Sie sagten Dir Jidakasha, Jidambara und so viele Dinge, um Dir zu vermitteln, wenn Du Deinen Jid berührst, wird die ganze Existenz zu Deiner. Alles Wissenswerte befindet sich genau hier, denn Du hast Zugang zur Quelle der Schöpfung. Dies sind also die vier Typen Deines, vier Dimensionen Deines Geistes. Unglücklicherweise denkt die moderne Erziehung, dass, wenn man nur Informationen füttert und den Intellekt einigermaßen, scharf hält, alles passieren wird. Nein. Ihr werdet diesen Planeten zerreißen auf der Suche nach Wohlbefinden. Ihr werdet vielleicht den Planeten verlieren oder es schaffen, auf einen anderen Planeten zu gehen und wieder mit Eurer Arbeit zu beginnen. Aber Wohlbefinden wird nicht passieren. Wenn Wohlbefinden geschehen soll, musst Du ein wenig tiefer in diesen einen vordringen, sonst passiert es nicht. Nu. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017